Seit Wochen fiebern im Nordwesten unzählige Jungen und Mädchen bei der Jagd auf die Aufkleber rund um das Bauernhofleben mit. Zwei von ihnen sind Tim und Linus aus Wildeshausen. Jeder von den beiden hat ganz bestimmte Lieblingsaufkleber. Der dreijährige Linus mag die Tierkindersticker besonders, sein großer Bruder Tim die Aufkleber mit den Maschinen. Mutter Melanie findet das gesamte Stickerheft toll. Deshalb spendiert sie Tim und Linus auch die Stickertüten. Streit um die Sticker gibt's bei den Brüdern in Wildeshausen nicht, denn sie teilen sich ein Heft und sammeln gemeinsam. Beide erkunden das Stickerheft gerne mit dem iPad. Das dreidimensionale Bild von dem Traktor auf Seite 3 hat die ganze Familie fasziniert. Als sie das mit dem iPad entdeckten, waren sie alle aus dem Häuschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017